So, wir sind jetzt also am Miehen Road, Miehen Südend und links Aufenthaltsort. Haben 5 Stunden gespielt, bisschen mehr als 8000 Gild. Und bevor wir jetzt weiterlaufen, gehen wir nochmal kurz nach Luca zurück. Müsste eigentlich direkt, wenn ich mich nicht irre, die Truhe hier stehen, jawohl. Einfach nochmal 1000 Gild mit abreißen. Den Rest von Luca schauen wir uns jetzt nicht an. Ich glaube im Hafen stehen auch noch ein, zwei Truhen, die wir jetzt nicht mit abgefrühstückt haben. Aber die können wir uns dann beim nächsten Mal holen, wenn wir mal wieder hier in der Nähe sind. Schauen wir einfach mal. So, Miehen Road, viele Kämpfe, direkt vorausgeschickt. Ich werde ziemlich angenervt sein. Cool, hier gibt es Ruin und sonst gar nichts. Viele Kämpfe, können wir uns aber schon mal drauf gefasst machen. Und die Bürgerwehr zeigt rege Aktivitäten, das ist auch voll in Ordnung. Haben wir ja auch schon so leicht mitgekriegt. Hi. Bitte benutze dies, Verticale. Sehr gut, ein Antidot. Hi. Der ist witzig. Das ist ein Statue von Lord Miehen. Eight centuries ago, he founded a Legion known today as the Crusaders. In just a few short years after their founding, their ranks grew throughout Spira. The Maesters of Yevon feared an uprising and accused them of rebellion. So, Lord Miehen walked along this very road to go face their charges and refused them. He succeeded in winning the Maesters' trust and his legion became an arm of the Yevon clergy. It was then that Yevon gave them the name of Crusaders, which they have kept ever since. And the rest is history. Although this is a hero, the Fiends appear beyond your guard. Ich werde das versuchen. Hiermit könnt ihr das Medium besser beschützen. Stichlanze. Kimari. Ich glaube, nee, toll. Ja, nehmen wir aber die, weil die hat angepasst. Reif. Ja, gut, aber lieber den. Ansonsten nochmal alles schauen, ob hier überall die richtige Ausrüstung dran ist. Und da war man über den Reisenstab, Reisering, Band und Breitklinge, da haben wir noch nichts Neues. Für dich haben wir auch nichts, passt. Also, weiter geht die Reise. Bis hierhin. Ach ja, das ist ja mal ein bisschen mit Aurem Ken. Kannst du mich? Hm. Äh, äh, äh. Ich hab dir gesagt, Herr Oren ist das Beste. Hm, ich hätte das gemacht. Aber wenn ich mich immer wieder beömmeln muss, ich mein, klar, ist, bei dem Spiel, äh, verständlich, wenn er jetzt direkt am Anfang overpowered wäre, wäre das ein bisschen langweilig. Aber wenn er so eine geile Garde ist, oder die Beste aller Zeiten, wo bleibt er bloß? Gut, Frage. Ähm, die Beste aller Zeiten, dann müsste er eigentlich viel stärker sein, muss ich sagen. Er hat ja auch schon mal gegen Finn gekämpft, alles. Also, von daher. Ei, ei, ei. Hey, hey, I'm a Guardian now, so watch out. Oi. Bam. Ich weiß nicht, was ich jetzt mit Juna soll, äh, äh, hab ich die die ganze Zeit im Dingens. Ähm, ähm, Du gehst raus, dafür kommt Orin rein. Ich sehe keine Schwierigkeiten. Ja, 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 hau ihn einfach. Titus, seine Ekstase, beeil dich einfach mal noch im Hinterkopf, falls ich sie irgendwann mal wirklich brauchen sollte. Titus, Orin, Lulu, jeweils ein Level, das ist voll in Ordnung. Ja, sind auch drinnen, ähm, verteilen tun wir, äh, machen wir gleich. Do you know, what those rooms are from? Some old city? Correct. A city most ancient. A terrible testament to sin's power. I tremble every time I see them. Compared to sin, humans are mere mud puppies. But I believe humans are the only ones capable of defeating sin. A good reply. I am relieved to hear you say that, milady Souverna. Oh? Where are my manners? I am matron, a scholar, at your service, milady. I am on a journey, studying the history of our world, Spira, seeking its stories and secrets. My travels have taken me to many places, and I am troubled by what I have seen. Fragile smiles on people's faces, crumbling at the mere mention of sin. They are counting on you, milady. Give them a reason to rejoice once more. I will. Ja. Machen wir das. Ist schon, ja. Ist schon, schon ein bisschen doof mit Sinn und so. Aber dafür sind wir ja da. Wir kommen an uns drum. Keine Sorge. So, die Truhe nehmen wir mit. Was sieht euch? Wir stehen ganz viel rum. Eisschwert. Das ist aber... Nein, das wäre Robert will ich noch nicht. Das lohnt sich nicht. Das wäre für uns. Und Kälteschlag brauche ich nicht. Bruderherz behalten wir. Es wird im Laufe des Spiels eh nochmal aufgewertet. Dazu aber später. Ach, jetzt kommen wir, glaube ich. Genau. Lady Summoner, ich versuche. Ja, ich bin Yuna. Ich bin Lucille, Kapitän der Jose Chocobo-Knecke. Und ich bin Alma. Wir haben die High Road gehalten. Eine große Fiend? Let's go get him Why? It's the right thing to do It's the right thing to do What'd I say now? Jekt said that a lot too und every time he said it meant trouble for brosca and me back to the future ich fast gesagt und wieder kämpfen ja klar ach ja der punkt sich jetzt auf glaube ich ja unschön wenn der nämlich hochgeht kriege ich nämlich noch sagt aber man müsste es glaube ich gerade noch schaffen ich glaube er geht nur noch einmal ja jetzt muss man nämlich platt kriegen aber dazu haben wir ja lulu da von daher ja schweigen ab weil die nämlich hochgehen kriegen wir nämlich alle schaden und das ist ein bisschen blääh war eben kurz ich war die gruppe erstmal so 0 brett machen normal aber an der nächsten rast haltestelle gedönst die kenne ich ja gut hier kann ich lulu rausholen das hatte ich sowieso vor danke dass sie jetzt nicht drauf gegangen weil da weiter hallo ist jetzt hier langsamer schluss kommen wir ein keule kriegt die mit maria schade den kriegt mit orin das weiß ich kann ich wacca mal immer ein ich hatte das drin halten sollen für den dingo jedenfalls weil ich wirklich marion wacca halt auch mal ein bisschen hochpower muss ich direkt am anfang dran denken und vergesse ich nämlich zum schluss nicht veräppeln wie kann denn er jetzt treffen und kemari kommen wir eben raus die durch mal eben rein wenn den dingo das müssen wir sonst ein bisschen bist du nicht blind hier vorne ja ist ja ich würde schon sagen mal eben die angst kraft ein bisschen runter setzen gewinnen ein bisschen so kannst du wieder raus gehen wir wieder rein alles ok wacca macht immer noch am wenigsten schaden ist aber in ordnung dafür ist er gegen fliegende viecher der spitze ist so ja die reise ist lang immer weiter ist in ordnung alles gleichsam alle in 0 der witz lohnt sich das dann auch später rein zu gehen aber erstmal muss ich mit ihr schnacken ja lügen ah ah samana party you too are a summer my name is belgamine you are my name is you now the high summer as data i've heard much of you but you are still fresh on the road are you not yes i am i might have a few things to teach you hm let us see which are stronger my aeons or yours a one on one match not to the death of course what do you say okay die habe ich ganz vergessen ich habe gedacht das ist eine andere ich werde mein best gut okay bevor wir beginnen deine aeons haben geplant ja das ist das kann ja nicht viel mehr also die friede nämlich ja 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 super ja 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 das ist einfach nur mit dem acht mal schauen ich habe den doch versession mal aber das ist ja mehr tutorial lektion als bei Von dort her, alles kein Problem. Wird das Eis auch relativ effektiv sein? Naja. Au. Okay, sanfte Tour. Alles klar. Harte Tour. Ich kriege aber viel zu viel Damage. Fuck it. Ich kann doch nicht die ganze Zeit nur harte Tour und sanfte Tour machen, oder? Ich meine, ich kann schon, aber... Kriege ich ihn halt auch nicht mit platz. Das ist ja einfach so. Hängt ja jetzt schon in der Seite. Ah. Ich Schaltschwinge mache. Klar, das ist so langsam. Kriege ich ihn zwar noch Damage ran. Kann aber... Ey! So haben wir nicht, so haben wir nicht gewettet. Da oben stand was anderes. Egal. Machen wir wieder die sanfte Tour, damit er hier den... Oh, ich sehe echt schwarz. Ich glaube, wir sollen auch gar nicht gewinnen. Das ist hier nicht beabsichtigt, dass wir gewinnen. Natürlich ist er immun. Und... Ich glaube auch nicht, dass wir ihn mit Laserstrahlen jetzt wegkriegen, aber egal. Wir haben uns gut geschlagen. Und das war's. Oh, du hast viel zu lernen. Na ja, wird's beschwerlich mal noch, ey. Du brauchst mehr Training. Aber du hast gut gemacht. Reisefinger halten. Du hast mir gebeten. Mit mehr Training, du könntest den Sinn. Danke. Danke. Aber ich denke, du könntest den Sinn, bevor ich zu können. Ich kann nicht. Huh? Oder sollte ich sagen, ich war nicht zu können. Du meinst... Auf Wiedersehen, Yuna. Wir werden wieder treffen. Cool. Ähm, ja. So, Yuna Reisering. Der hat noch einen Dingson. Da bleibt die HP zwar gleich, aber... Der hat noch einen Slot frei. Wir machen jetzt erst mal das Vero-Brett. Äh. Gehe ich da hoch? Da ist der Level-Stop, aber da gibt's Angriff und HP. Könnte ich ja wieder zurückgehen. Hier gibt's auch Angriff und HP, aber da krieg ich den direkt. Alles klar, Kimari. Wir bewegen uns jetzt genau dahin. Flump. Gehen dann einfach später wieder zurück. Das ist gar kein Thema. Angriffskraft um drei gestiegen. Das ist natürlich sehr schön. Oran. Alte Säge. Du kannst nur in eine Richtung gehen. Das ist natürlich ziemlich praktisch. Dann machen wir das auch direkt. Kriegst nochmal Zauern hat HP mehr. Du hast ja noch nicht genug, ne? Waka. Brauche ich eigentlich gerade gar nicht bewegen, weil bringt ihm halt nichts. Mir bringt das, also ich sag immer mir, Tidus bringt das allerdings sehr wohl, war es Angriffskraft um einen gestiegen. Yuna hat kein Zwero-Level, aber Lulu hat noch einen. Und dann gehen wir mal hier hin und steigen ihre Mana-Points um 20. Bei ihr ja auch ziemlich nützlich. So, Yuna kann man eben heilen. Und zwar alle. Jetzt machen wir das nämlich weg. Alle sind wieder fit. Welches Team habe ich? Kimaru, Oran und Waka. Alles klar. Sollte soweit passen. Wenn nicht, reagieren wir dann da einfach drauf. Das ist ja relativ einfach hier. So, es war klar. Yo. Au. Ne, Waka brauche ich. Ja, du kannst den mal eben aus dem Verkehr ziehen. Kimaru muss raus. Ja, 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 ja. Hau den Dingo platt und dann ist gut. Und Oran macht man eben den Panzer fertig. No time to waste. Let's go. Tidus hat schon wieder ein Level gekriegt, das ist voll in Ordnung. Machen wir aber später. Mal schauen, wen wir hier noch so treffen. Und besonders. Kiste. 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 Und besonders. Ob wir das Riesenvieh, was Chocobos frisst, auch noch zu Gesicht bekommen. Ich habe da ja so eine Vermutung. Ach, come on. Tut das Not. Tut das Not. Ich könnte die ganze Zeit Ekstase einsetzen. Aber ich spare mir das bewusst auf, muss ich sagen. Du wirst gleich erst mal blind gemacht. Da kannst du hiervon noch einen auf dem Sack. Ja, verfehlen mal ist in Ordnung. Du gehst raus. Dafür kommt Kim Marie rein. Der macht nämlich mehr Damage. Du gehst raus. Dafür kommt... Juna rein. Die braucht nämlich Erfahrung. Kann man hier in Oran heilen, wenn sie eh schon hier ist. Kim Marie und Oran kümmern sich um das Doppelhorn. Alles ist gut. Du sollst nicht angreifen. Ich könnte natürlich Ifrit reinbringen. Aber das lohnt sich hier einfach noch nicht. Was bringt mir das noch so? Gar nichts. Alles klar. Komm, du darfst auch mal zuhauen. Kim Marie, du Biest. Und Ende. Aber dann kriegt Juna auch mal ein paar Zero Level. Wären die Bestie auch stärker. Lohnt sich also schon. Ja, siehst du direkt zwei Level. Lohnt sich also schon. So, Kim Marie bewegen. Kriegst du eben HP. Wichtig. Bump. 200. Sehr gut. Oran hat Kainz. Juna hat zwei. Und brauch auch mal eben... Ja, Ex-Was, Ex-Eis. Ich setze es eh nie ein. Muss ich sagen. Deswegen spare ich mir die. Weil, wie gesagt, ich setze ihn hier ein. So komisch das auch klingen mag. Ich hab's ja bis jetzt auch noch nicht einmal gemacht. Zauberabwehr und Mana. Das ist gut. Du hast schon wieder rein. So, dann. Da. Kannst du mal eben dein Geschick steigen. Alles klar. Hier gibt's dann... Es gibt hier dann Reizen. Das ist in Ordnung. HP steigern. Ritartip. Flup, 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 flup. Nun, gehst du hoch da. Gemach, alles klar. Das war ein... Hallo, Wacker hat auch zwei. Ups. Dann, wenn du zwei hast, ne? Die dir dann nichts bringen, dann kann ich dich natürlich auch mal laufen lassen. Was ist denn hier Ability? Da muss ich gerade echt überlegen, was das ist. Und ich geh erstmal zurück ins Video. So, dann nochmal eben. Yuna. Kann man eben wieder machen. Ist zwar nicht viel, aber... Safe, safe. Hast du was zu sagen? Das ist in Ordnung. Das appreciate ich. Meine Lady Summoner. Du bist eine Summoner? Ja. Meine Name ist Yuna. Ich bin Callie. Nice to meet you, Callie. Lady Yuna, are you going to bring us the call? Ja. We are looking forward to another call, my Lady Summoner. I'll do my best. And good luck to your Guardians as well. What's the calm? The calm is a time of peace. It comes after a Summoner defeats Sin and lasts until Sin reappears. Uh... Huh? Sin dies and is reborn. I get it. I thought it was weird. Yuna's dad defeated Sin 10 years ago, right? But Sin's still here. Didn't make much sense till now. Wait. If it just comes back... Don't say it isn't worth it. Because it is. Even for a little while. People can sleep in their beds without being afraid. That kind of time... Is worth anything. Don't say it isn't worth it. Your words that day, Yuna? I remember them well. Hey. Das ist ein Schutz gegen Hitze-Monster. Bitte nebst an. Ich vulkan ring. Alles klar. Neh mich mit. Hier ist ein Ball. Den kicken wir mal eben weg. Yippie. Und er will wieder haben. Das war mein Ball. Ne, egal. Ja, ich weiß, dass ich was drauf hab. Ähm. So. Kleines Kind, den Ball weggenommen. Check. Oh, natürlich. Yo. Come on. Ah, ja, klar. So, Yuna. Hoch mit dir. Das ist jetzt Ende hier. Keine Lust mehr. Thank you. Waka, komm mal eben rein. Yo. Blendet mal eben das Doppelohren. Gib mir mal um den Sack. Du gehst mal eben raus. Tidus kommt rein. Hau den Dingo aus und latschen. Ja, ja. Hau mal daneben. So, Yuna. Nein. Du bleibst schön drin. Du beschwörst mich jetzt mal Ifrit. Ach, ja. Dann krieg ich das Doppelhorn jetzt mal ein Zwischenjörner. Was ein Wortspiel. Oah. So. Das zieht ganz da nach auf. BAM. Du kriegst das mal ein Zwischenjörner, Freundchen. Trifst du eh nicht. Und schon fast die komplette Ex- Tase-Leiste voll. Leckt mich am Arsch. Oh, Freundchen. Du hast so ein Pech. Weißt du das? BAM. Na, triff nochmal. Ist in Ordnung. Triff auch zweimal. Ist voll in Ordnung. Äh. 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 Gibt es nämlich eine der groben Kelle. BAM. Sonst darf ich das mal richtig frei drehen, ne? Ich glaube, ja, vernichten passt. So, na, Ifrit auch mal eingesetzt. Das kann man sogar direkt mal anlegen. Julu hat nämlich momentan den normalen Mogri. Da hast du wenigstens noch Hitzeschlagen mit bei. Sollte erst mal reichen. Irgendwer hat doch... Ne, für dich haben wir nur noch keine andere Waffe. Ach, der Vulkanring. Okay, den setzen wir dann an. HP bleiben ja dieselben. Das ist halt nur noch mal Hitze mit bei. So, ja, jetzt mal eben selber. Lohnt sich noch nicht, die Sphero-Level einzusetzen. Wir sind in der Alarmbereitschaft. Das ist voll in Ordnung für euch. Ähm... Wir müssten eigentlich auch gleich am Checkpoint sein. An der Reisestation. Aber... Hier gibt's gar nix. Warum bin ich dann hierher gelaufen? Na klar. Wieder so ein Doppelhorn. Ach ne, wieder so eine. Äh... Dingo. Buck. Luna muss man eben raus. Auren kann mal wieder rein. Panzer weg. Die können meinetwegen öfter kommen. Das ist so ne einfache Kombi für mich. Und weg. Wacker, wir brauchen für dich echt mal ne andere Waffe. Ich mein, der Ball ist zwar in Ordnung. Überhältst ja die Bälle auch, wie das ganze Spiel immer. Aber... Ein bisschen mehr Damage wäre schon fein. Ich hab zu viel eingekauft. Hier verwendet dies. Ein Gegengift nehme ich immer. Ähm... Okay. Auch ne nette Kombi. Ja, den... Dingo mal eben. Boah, hör auf. Das kannst du auch direkt zurück haben. Bats! Ins Gesicht. So. Lullo mal eben rein. Und brennt dem Teilchen mal eben. Den Arsch weg. Mit diesem brennenden Viech auf dem Arm. Passt doch. So... War ich hier noch irgendwas? Ach, ich geh aber trotzdem. Ja, da steht die Truhe. Alles klar. 2000 Guild. Die nehme ich miet. Und... laufe in den nächsten Kampf. Luke. Ich zeige dir was ich kann. Gar nix? Oh, ja! Triff sie doch eh nicht. Ey, du hast getroffen. Ich bin begeistert. Äh, nein. Das probiere ich lieber nicht. Stimmt, ich kann ja auch Waffen während des Kampfes. Ach komm, wir probieren es einfach mal. Los, lauf hin. Schade. Habe mich auch gewundert, aber Titus habe ich nochmal angreifen. Also ist das Ding hier weg. Haha, was hab ich dir gesagt? Du bist ein modesterer. Ja, kannst du mal sehen. So bin ich. So und nicht anders. Wir müssen trotzdem noch mal eben aus Sphärobrett, sonst wird mir das am Ende hier zu viel. Plupp. Kann man direkt dahin gehen. Abwehrkraft ist immer gut. Und Zeit-Sphäroiden. Und Zeit-Sphäroiden. Die kann man nämlich leider auch nirgends kaufen, die Sphäroiden. Die muss man wirklich kriegen. Ähm. Moment. Nehme ich das so, dass ich den Ability-Heap mitnehme, oder? Tue ich das nicht? Oh. Ich weiß nicht, wenn ich einen da hingehe. Ob ich dann mit noch einem da... Ich probiere es aus. So. Jetzt bewegen. Fuck it! Egal. Ähm. Diese ganzen anderen Sphäroiden, wie den Fortuna, also ein leeres Feld in Glück umwandeln. MP oder Angriff, HP, Magie. Hebe ich mir bewusst auf. Weil... Ja. Weil. Sagen wir erstmal weil. Sammeln. Ja doch, war mir das gut. Weil da kann ich nämlich, ich glaube HP sind sogar 300 und da kann ich dann später, im späteren Verlauf des Spiels, einiges wieder mit ausgleichen, was ich eventuell jetzt verkacke. Wobei man, wie gesagt, eigentlich nicht wirklich viel verkacken kann hier. So, Auron kriegt nochmal HP. Unser kleiner Kraftwürfel. Und sonst habe ich alle bis auf Walker. Gut, der braucht noch... Einer kriegt da auch nochmal neue HP, aber dann ist alles gut. Ähm... Ne, heilen bräuchte jetzt erstmal nicht. Ich... Sollte noch klappen, bis wir dann da sind. Sollte erstmal der Vagen abfahren. Ah, ja, fast das richtige Team da, aber du musst nämlich weg. Ich glaube, ich könnte dafür auch Chimari nehmen. Ich glaube, der hat auch Durchschlag auf meiner Lanze. Das klingt unheimlich falsch. Aber egal. Es heißt nun mal so. Dann muss ich gleich mal gucken, ob er den Durchschlag drauf hat oder nicht. Weil wenn ja, dann... Kann ich ihn für solche Viecher auch benutzen. Muss natürlich immer Auron nehmen. Durchschlag. Alles klar. Dann kann ich Chimari und Auron da ein bisschen wechseln. Und alles ist gut. Hey, Lutz und Gana. Oder Luzu. Wie er im Englischen heißt. Lutz. Ja, deutsche Übersetzung for the win. ach nö ja ja das ist eh nicht du lamm so lulu geht raus dafür kommt Kimari rein weil der kann ja noch Dragonik ähm der macht nämlich mehr Damage dafür kommt Walker rein da kann ich nämlich eben nochmal blenden dann geht er mir nicht so auf den Sack was hat denn das hinterlässt Abilities Therien genau deswegen dafür war der ziemlich praktisch wenn man später Therien farmt was ja auch Sinn macht aber gerade habe ich da noch nicht wirklich Bedarf haben du hast nicht an Abilities Therien ja du triffst eh nicht alles klar dann ist der auch weg bam und wir können unsere Reise fortsetzen schön hier gehen auch alle gerade Hochkraft Abilities Therien kriegen wir auch in Maß das ist voll in Ordnung Chokobo Chokobo ach nö na du triffst nicht so Waka Blinty Doppelhorn das war auch das letzte Mal als ich das einsetzen kann also Kimari geht mal eben raus Therien kommt mal rein Greif mal den Dingo an damit der weg ist Kraftbrecher gib ihm als wenn er gleich trifft tut er nicht sehr gut was machst du an Damage bei ihm 206 ist immer noch mehr als Waka also kann er raus Kimari komm rein und gib ihm naja musste ja nochmal treffen war ja klar das habe ich dann eigentlich anfeuern könnte ich eigentlich mal machen na warum nicht volle Karte kür 600 nee dann lasse ich das lieber weil dann müsste er jetzt nämlich 212 ja danke dann muss er jetzt mit Platz dann hat er jetzt Dragonik gemacht das Kimari sich ein bisschen heilt aber das meiste 80 90 Punkte das lohnt sich dann doch nicht wir machen mit Lose und Galla ja hey we saw the game you guys were great congratulations Waka hey stop loafing around uh uh the lady summoner and her guardians this mission requires our full attention we've no time to waste understood yes ma'am apologies ma'am Carry on. See, keep your head down, say sir a lot, and you'll do fine. Right, sir. Hey, Yuna. Even though Yevon rejected us, we still believe in you. That won't ever change. Thank you, sir Luzu, sir Gata. Yeah, but, you know, it's not too late for you to go back to Bethesda, and we should be going, sir. Ah, ja, ja, immer schön den Kopf unten halten, ähm, ah, jetzt kommt die Olle, von der ich vorhin gedacht hab, dass die das, die da steht. Die nur helfen will. We'll defeat Sin any way we can. But, Yevons teaching say. Enough. I, I, I only meant to... Are you alright? Oh, Lady Summoner? Yes, I am Yuna. It is an honor, my lady. My name is Shalinda. I am a disciple of Yevon. What was all that about? The Crusaders operation? Huh. You mean the one Gata and Luzu were talking about? Hmm. I heard they were to use forbidden makina. I had to stop them. Huh? Why? The use of makina is strictly forbidden by the Yevon priesthood. That's bad, yeah? Let them use whatever they want. They still won't defeat Sin. But, it's not about defeating Sin. The teachings of Yevon must be upheld. Yeah, right. But, you don't understand. The Crusaders won't even listen to me. And it's all because I'm just a lowly acolyte. Don't say that. Huh. Well, I haven't been a Summoner for very long myself, you see. Still, I can't put myself down every time I fail. People are depending on me. They're depending on both of us. Yes. Yes, you're right, my lady. Yes, absolutely right. Thank you so much, Lady Yuna. Now, I feel I have the courage to finish my training. I will do my best to get myself appointed to a temple. As a nun. Fuck it. I have to go back to my church and I'll do it. It's not too late. Oh, no. Okay, das könnte er geben. Ich gucke mich erst mal ums Doppelhorn, weil das ist gerade für mich, nein, er hat keine MP mehr. Nein, warum greife ich denn die Bombe an? Oh, meine Güte. Was ich denn nur los mit mich? Ich will es eigentlich nicht einsetzen, weil ich weiß ja, worauf ich mich hier einlasse. Puh, das war knapp. Aber, ich habe jetzt keinen Bock hier. Oh, das waren nur 500. Hier die ganze Zeit. Äh, damit rumzurennen, während ich in dem Kampf hier echt am Maximum gehe. Minimum. Ach, du weißt schon, was ich meine. Ich gucke mal in Yuna rein. Kannst du? Kannst du mich mal eben Vita machen und so? Und zwar erst einmal mich. Also, Cheetos. Und dich muss ich mal eben loswerden. Hier ist mir nämlich ein bisschen noch ein Sack. Ach, ich habe auch Hass. Oh, bin ich doof. Was habe ich denn das vorher nicht eingesetzt? Oh. Ich wollte schon, wenn ich dann gehasst für die ganze Gruppe, also Hass, gar oder wie das heißt, kriege. Das ist nämlich noch praktischer, wie der Name ja schon sein, wenn ich dann gleichzeitig die komplette Gruppe auf Hass setzen kann. Ich höre, Bestia im Ekstase-Zustand. Ja, oh, die sind beide fit. Ja, alles klar. Dann, Thema erledigt. Pfeifal, das kommt raus. Wie können wir das mal eben beenden hier und dann passen. So, jetzt gibt es irgendwie auch Schnauze. Na dacke. Wir müssen direkt alle auseinander. Müsste eigentlich auch so ziemlich alle platt machen. Und wenn nicht, machen wir es dann nach dem Anschluss. Wow. Hab da nur davon. Joa, Tidus, Juno, Auron, Kimari, jeweils zwei Level. Da muss ich aufpassen, dass mir Lulu nicht durch den, äh, durch die Hände geht. Durch die Hände rutscht. Gut, besser gesagt, weil, okay, Kraft und, äh, Reflexe sind immer gut. Schick's auch, okay. Weil, wenn ich die nämlich vergesse hochzulevelen, könnten wir das am Ende noch teuer zu stehen kriegen. Was kriegst du da? Ja, Kraft-Hieb, Kraft-Sphiroiden. Hm, hab ich eigentlich genug von, deswegen lass ich das dann, glaub ich, erst mal. Ich muss ja auf lange Sicht sehen. Das wird eigentlich noch ziemlich wichtig, muss ich sagen. 42 habe ich gerade. Braucht definitiv noch mehr. Ja, auch reizen kann man immer gebrauchen, solange du allerdings so wenig HP hast, ist das das Glück? Ja, ne? Ja. Äh, solange du so wenig HP hast, lohnt sich das eigentlich auch noch gar nicht. Nehme ich die MP mit oder gehe ich jetzt eine runter? Ich nehme die MP mit. Ich meine, das brauche ich eh nur eins für. Nehme ich die eben mit. Komme ich bis dahin wieder zurück. Alles gut. So, Waka. Kriegt endlich mehr HP. Danach auch endlich mal wieder Angriff. Ist dann Angriffskraft um zwei, das ist in Ordnung. Und danach nochmal MP. Anpeilen, das interessiert mich aber noch nicht. So, das waren alle. Luna, du musst hier nochmal ein bisschen durch die Gegend heilen. Auch wenn wir jetzt gleich hoffentlich endlich an diesem verdammten Reisepunkt-Tempel gedönst, da, von dem ich die ganze Zeit rede. Augentropfen, jawohl. Äh. Angekommen sein müssen, ja. Alles klar. Ludwig, da, von dem ich laske. Die Ghostbete. Untertitelung des ZDF, 2020